Kennt ihr das auch? Ihr wolltet den Urlaub fahren, aber wisst eigentlich gar nichts über das Land, in das ihr verreisen wollt. Doch wie genau kommt man an Informationen, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen? Vor einer Reise führt der Weg oft zuerst in einen Buchladen, in dem man sich nach einem Reiseführer für das Land erkundigt, in das man verreisen möchte. In einem Reiseführer erhält man nicht nur allgemeine Informationen über das Land, sondern auch Tipps für Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Hotels. So oder so ähnlich verhält es sich auch manchmal, wenn ihr euch für eine wissenschaftliche Arbeit in ein völlig neues Thema einarbeiten müsst. Mit einer solchen Einstiegssuche solltet ihr auch in eine wissenschaftliche Recherche starten. Wenn ihr eine Literaturliste von eurem Betreuer oder eure Betreuerin bekommen habt, ist diese oft eine gute erste Anlaufstelle, an der ihr euch orientieren könnt. Aber auch im Bibliothekskatalogen könnt ihr ganz gezielt nach einführender Literatur recherchieren. Dies können allgemeine Einführungen in ein Thema, Nachschlagewerke, Lexika, Lehrbücher oder auch Handbücher sein. Solche Werke sind häufig in der Bibliothek in der Lehrbuchsammlung eures Fass zu finden. Mit einer Einstiegssuche könnt ihr herausfinden, zu welchem Themenbereich euer Thema gehört oder auch welche weiteren Themenbereiche dazugehören. Damit lässt sich ein Recherchethema bestens erweitern oder eingrenzen. Dadurch findet ihr auch passende Stich- und Schlagwörter für die weitere Recherche. Ebenso wie ihr im Buchladen nach einem Reiseführer für Süditalien suchen könnt, habt ihr durch die richtige Verwendung von Stich- und Schlagwörtern die Möglichkeit, in Bibliothekskatalogen oder Literaturdankenbanken gute Ergebnisse bei eurer Einstiegssuche zu erzielen. Wie ihr Stich- und Schlagwörter richtig einsetzt, erklären wir euch in einem weiteren Video dieser Reihe. So, und nun viel Spaß im Urlaub. Aber vergesst nicht, euch vorher noch mit einführender Literatur für euer Thema einzudecken.